hallo was geht ab leute es ist montag es ist max out monday und wir hatten stopp event oder es läuft eigentlich immer noch klar man kann nicht viel machen aber ich habe es versucht und ich habe ein bisschen stern stopp gemacht ungefähr 1,5 500.000 pro tag ungefähr bisher wir hatten um die millionen ein bisschen drunter seit dem letzten max out monday und wir gehen mal hier weiter machen weiter ich habe mir überlegt dadurch dass wir jetzt ein bisschen stern schub bonus bekommen haben macht man einfach direkt den gast von gen 4 einfach hinter uns bringen sind auch nur noch leider fünf pokémon die ich noch machen kann von gen 4 ich mach mal hier meine app auf alle fragen immer es ist goranger gönnt euch die app und da habe ich meine listen erstellt lucky shinies max und hunderte und wir gehen auf max und dann zeige ich euch mal oder sage ich euch mal welche pokémon von gen 4 noch fehlen und welche wir heute maxen können und werden von gen 4 fehlt noch scheinungs die biene weiblich pachiviso offensichtlich regional kann ich nicht familien mach mal die schnecke ich habe wieder den namen vergessen die regionale mit blau und rosa habe ich leider keine hunderte aber da bin ich bereit zu warten weil der ist ja relativ häufig wenn mal halloween oder so ist wenn kein halloween ist dann ist er leider nicht so häufig die katze die kann man maxen plaudergei kann man nicht maxen offensichtlich den habe ich nicht mal nexantrag krippook leider nicht kommalat ich hätte 98 aber ne können wir auch noch warten lucario leider nicht wie nun fliebes 96 lucky demnächst vielleicht mal aber heute nicht schnabberdick die entwicklung kann man maxen und frostbatche kann man maxen und das war es auch schon mit jamfury klar noch die zwei vom sehntrio legendär aber die haben wir nicht scheinungs hatte ich das letzte mal nicht genug bonbons aber seitdem habe ich ein paar gebrütet und jetzt haben wir genug weil es ja stop event ich habe so viele gebrütet wie es ging jetzt habe ich keine brutmaschinen mehr es auch noch reduzierte distanz durch den virus durch das ganze durch die ganze einschränkung hat natürlich ein paar sachen integriert die uns dabei helfen auch von zu hause ein bisschen noch spielen zu können eben auch das mit den reduzierten kilometern mehr spawns das war natürlich auch abnormal die spawns plus sternstopp bonus aber klar irgendwann gehen einem halt die bälle auswahl so kurze unterbrechung die speicherkarte war voll habe ich einmal nicht an gedacht so erstmal noch der video für euch 98er lucky leider noch kein 100er ich gebe noch nicht auf ich kriege sicher noch monate aber ich werde wahrscheinlich selbst wenn ich den 100er habe und den maxen werde das 890 lucky auch irgendwann mal maxen deswegen können wir es auch jetzt noch maxen wieso nicht außerdem ist es lucky es kostet sich so viel kann man den auch schon mal abhaken und dadurch dass es heute fünf sind sehen wir uns einfach am ende weil sonst ist einfach zu viel fürs video und der box haben wir natürlich auch noch am start 28 81 max 98er wie auch immer der heißt da haben wir ich weiß gar nicht was wir danach noch haben aber mir liegen haben als nächstes aha feuchte iv check der ist genau level 20 also das kann noch eine weile dauern den habe ich auch lange gejagt irgendwann mal in dem video letztens habe ich den also war ich auf dem weg zu einem 100er aber leider war wetterwechsel und ich habe den nicht bekommen aber seitdem ist er zum glück einige mal aufgetaucht eine menge regen in letzter zeit deswegen hat er immer wetter boost und kam auch jetzt zum glück wir sehen uns gleich wieder das dauert heute ist eine lange folge fünf pokémon immerhin aber jetzt immer fertig mit jan 4 soweit wie es geht ich muss mal ein komplett update machen wie viele mir allgemein noch fehlen so fast geschafft das waren jetzt die zwei teugern beide level 20 also viel teuger geht es glaube ich nicht also es geht schon um teuger level 1 und so aber die wenigsten sind unter level 20 20 ist ja aus dem raid aus dem ei und sowas vielleicht mal irgendein quest pokémon 15 aber sonst müsste eigentlich alles höher sein so max wie auch immer da ist baumelin weiterentwicklung 2443 als nächstes haben wir die katze und die ist leider auch niedriger als erwartet habe gerade gesagt die meisten sind unter level 20 also selten unter level 20 und meistens über den weiß ich nicht aber der war schon relativ low vielleicht auch da hätte ich einen hohen gefangen ich glaube ich kann froh sein überhaupt mal angefangen zu haben ich habe den glaube ich sogar so gefangen also entwickelt weiß gar nicht mehr naja damit fallen wir dann auch unter die zwei millionen aber kein problem problem ist halt die zukunft wenn jetzt weniger gespielt werden wird oder man kann halt nicht mehr spielen nur noch das absolute minimum dann sieht es bitter aus mit den zukünftigen max on mondays sieht allgemein bitter aus wer weiß was jetzt passieren wird john hacky hat anscheinend jetzt noch eine ankündigung gemacht dass noch weitere änderungen kommen für pokémon go mal schauen hoffentlich irgendwas mit mehr bellen natürlich und mit den raids natürlich gibt es auch so viele diskussionen in den gruppen weil leute reden immer noch und manche leute sind halt streng dagegen und dies das ist natürlich momentan eine sehr sehr doofe situation für alle also sehr gespannt was da alles noch auf uns zukommen wird auch das mit den nächsten events natürlich weil welche events bringen uns was wenn wir eh nicht rausgehen können oder sollten das ist echt ein heikles thema momentan echt gespannt was da pokémon go oder natic und john hanky und so was sich einfach einfallen lassen werden und um uns noch ein halbwegs gutes spielerlebnis liefern zu können pokémon go momentan sehr 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 beschränkt deswegen auch hier noch einmal der knaller gen 4 soweit wie es geht maxen und dann können wir gen 5 langsam und allmählich vielleicht nur noch einen jeden montag maxen wer weiß wie viel stopp man noch so machen wird wer weiß wer weiß wer weiß wer weiß wir sehen uns gleich wieder da sind wir wieder die letzten zwei pusher unter die zwei millionen gefallen leiden der nicht über die 2000 gekommen zack dann haben wir noch zwei zwei eispokémon erstmal hier ein schnelle deck der ist auch nicht so hoch kein 100er link gerade den hätte ich natürlich gerne für heute gemacht ist noch einer der wenigen von gen 3 die mir gefehlt haben auf max weil ich bisher noch keinen guten habe und ich habe offensichtlich weiterhin keinen guten bekommen so der ist auch oh mein gott die sind alle heute relativ low ich dachte von dem habe ich auch irgendwie so ein level 30er gefangen oder so leider doch nicht ich habe von dem sogar ein unlucky 100er damals bekommen als die map noch nicht lief und ich ganz froh war über den also seitdem habe ich einen 9 gefangen der zwar höher ist aber immer noch nicht hoch genug ist deswegen sehen wir uns wenn der fertig ist wieder so das hat auch ewig gedauert fertig 2 3 6 2 ein hammer noch dann war es das hier die ist zum glück hoch endlich mal 100 prozent vor stetsche also hoch in anführungszeichen höher als die anderen ja dann haben wir mit zwei baumaus angefangen die bereits mit sechs so wie immer schreibt gerne und in guten tagen was ihr heute gemakst habt habt ihr überhaupt irgendwas gemacht habt ihr überhaupt noch staub über jetzt während des wochenendes irgendwie bisschen staub gemacht oder war das nicht möglich bei euch und habt ihr jenner sack gefangen überhaupt das ticket gekauft schickt gerne das letzte video das hatte kleine probleme mit dem hochladen aber jetzt geht's ich habe geneseck gekauft das ticket habe es mir gegönnt habe ein schlechtes geneseck gefangen und das war's also nichts allzu weltbewegendes kann man machen muss man nicht machen verpassen tut man nicht wirklich was die medaille falls jemand sich für die medaille interessiert und das ist das einzige geneseck das unter 1-5 ist weil es die level 15 ist aus der quest alle anderen sind ja dann im x-ray und dementsprechend level 20 kleiner faktor für pvp spieler vielleicht ansonsten schickt einfach das video so und schon fertig und dann noch einmal jetzt letzter push monate frostetsche fünf pokémon heute gemakst gen 4 soweit wie es geht für mich zumindest fertig gemakst so dann haben wir noch eine box am start von luke chest wirst du gehen raus alle infos unten in beschreibung jeden monat krieg ich eine kleine überraschung haha ist das ein poster wahrscheinlich das ist kein poster das ist eine flagge welcome to raccoon city dann gehen wir mal ein t-shirt schauen wir mal ok schokolade alles klar schildermäppchen von irgendetwas star trek modellflugzeug star trek the next generation deep space 9 star trek volcher ok uuuh uuuh da steht doomdor edle verpackung bin gespannt schottgläser anscheinend und ein komiker am start spider man mit kompletter story jetzt für karantäne kleiner zeitvertrag vielen dank das war's von mir leute max of monday special fünf pokémon gemakst dank dem stop event gen 4 soweit wie es geht gemakst jetzt haben wir nur noch gen 5 für uns und dann sind wir fertig nicht schlecht das war's von mir ihr wisst bestimmt immer like und subscribe kommentieren check die videos auf folgen auf instagram facebook twitter check die shop auf vergesst nicht pokémon serious business das war's